Also, Lessing sagt, es gibt in der Natur keine einzelne reine Natur. Okay, Lessing sagt, es gibt in der Natur. Hallo Ulrike. Oh nein, das habe ich total vergessen. Wen interviewe ich denn heute? Christine Firk. Okay, an der Kato, ja. An der Kato? Hallo Christine. Hallo Melina. Hallo. Schön, dich an deinem Arbeitsplatz besuchen zu dürfen. Schön, dass du hier bist. Was machst du eigentlich beruflich? Also, ich bin hier Professorin an der Katholischen Fachschule hier am Standort Aachen am Fachbereich Sozialwesen. Und ich lehre hier psychische und Entwicklungsstörungen des Kindes- und Jugendalters. Und das bedeutet, ich bin auch Psychologin und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Das heißt, ich bin hier als Bezugswissenschaftlerin sozusagen in der sozialen Arbeit. Wie bist du dazu gekommen, genau in diesem Fachbereich zu arbeiten? Also, ich bin, ja, vielleicht fange ich besser eigentlich dabei an, dass ich als Psychologin mich irgendwann dazu entschieden habe, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin zu werden und, ja, psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen zu erforschen. Und darüber bin ich dann sozusagen hier hingekommen, um hier den Studierenden der sozialen Arbeit, ja, dieses Fach näher zu bringen und sozusagen, ja, zu lehren, wie psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen entstehen, wie man sie erkennen kann und natürlich auch, wie man diese behandelt. Was war denn ein großes weibliches Vorbild für dich? Ich habe kein, oder ich hatte nie ein wirkliches weibliches Vorbild oder auch männliches Vorbild in der Forschung. Aber ich habe, ja, schon während meines Studiums bin ich auf Menschen getroffen, die sich, ja, für ihr Fach begeistert haben, also für die Psychologie, für die Neurowissenschaften. Und diese Begeisterung für, ja, für das Fach, die hat mich unglaublich inspiriert, auch Forschung zu machen. Und ich habe an der Universität Maastricht studiert, an der Fakultät für Psychologie und Neurowissenschaften. Und diese Fakultät ist sehr forschungsorientiert. Und da habe ich schon als, ja, Studentin habe ich dort schon als, ja, studentische Hilfskraft in der Forschung gearbeitet und habe dort auch promoviert und einen Teil meiner Postdoc-Zeit verbracht. Und ich glaube, das war sozusagen diese inspirierende Forschungsumgebung, auf die ich da getroffen bin. Was müsste sich denn für die Frauen in der Forschung ändern? Ich glaube, ein ganz großes Problem für Frauen in der Forschung ist, dass wir eigentlich zu wenig Zeit haben. Es muss eigentlich alles passieren zwischen 25 und 40. Also wir müssen eigentlich, wir müssen, wenn wir das Studium abgeschlossen haben, müssen wir promovieren, dann müssen wir uns habilitieren. Wir müssen sozusagen dann den Weg zur Professur gehen. Und das ist aber natürlich eigentlich auch die Zeit, wo, ja, wir als Frauen, wenn wir das möchten, Familie gründen müssen. Und, ja, das, glaube ich, führt dazu, dass viele Frauen sich dann, wenn sie an dem Punkt sind, wo es darum geht, ja, möchte ich jetzt Familie haben oder nicht, sich dann vielleicht entscheiden, aus der Wissenschaft rauszugehen. Und, ja, und dann aufhören sozusagen mit Wissenschaft. Und, ja, ich finde das sehr schade. Eigentlich könnte man ja auch noch zwischen 40 und 50 vielleicht sozusagen auch noch auf dem Weg zur Professur sein. Aber das ist bei uns eigentlich schwierig. Und so braucht man sehr viel Unterstützung, um auch mit, ja, mit Familie sozusagen diesen Weg zu gehen. Und da komme ich vielleicht dann nochmal auf die Vorbilder zurück. Auch wenn ich nicht jetzt so dieses weibliche Vorbild hatte, wie jetzt, weiß ich nicht, Marie Curie, die mich angeblich inspiriert hat, auch Wissenschaftlerin zu werden. Aber ich habe natürlich auf meinem Weg, bin ich Frauen begegnet, die auch, ja, auch mit Familie sozusagen diesen Weg gegangen sind und die mir ja gezeigt haben, dass das möglich ist. Und, ja, so habe ich mich dann entschieden, auch mit Kindern in der Forschung, ja, weiter tätig zu bleiben. Das heißt, deiner Meinung nach müsste es nach, wenn man eine Familie gründen möchte, nachher wieder einen erleichterten Einstieg geben in die Forschung? Ja, es ist eigentlich so natürlich, dass in der Forschung man, es ist schwierig, wenn wir sozusagen lange Familienzeiten haben oder Pausen. Also oft ist es so, dass wir beispielsweise danach gefragt werden, nach den Publikationen der letzten fünf Jahre. Das heißt, wenn ich natürlich als Frau jetzt hier Familienzeiten genommen habe, dann ist natürlich sicherlich mein Output in dieser Zeit geringer gewesen. Und das macht es, ja, und das macht es einfach, glaube ich, für Frauen gerade eben, stellt es eine große Herausforderung dar. Und, ja, und aus der Forschung herauszugehen und erst mal einige Jahre sozusagen gar nicht zu forschen und dann wieder in die Forschung reinzugehen, das ist sehr schwierig. Und ich würde fast denken, heutzutage fast noch nicht möglich. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Schön, dass du da warst. Ciao.